Wien aus dem Schweizer Garten, der Demo-Spaziergang kommt langsam in Bewegung, die Steirer sind da, die Wiener sind da, Burgenländer, Niederösterreicher, viele, viele Menschen, gehen auf die Straße für unsere Grund- und Freiheitsrechte und vor allem für die Kinder, sie lernen, ihr hört es mir wahrscheinlich auch nicht mehr mehr, und es geht Richtung Reskelbahn. Viele, viele Menschen, und ich nehme an, auf dem Weg Richtung Karlskirche werden sich noch viele anschließen, wir werden laut sein, sie werden uns hören durch die ganze Stadt. Kommt alle, die noch Zeit haben, 14 Uhr zum Resselpark Karlskirche, um bei der Großdemo mit dabei zu sein, wir sehen uns. Kommt alle, die noch Zeit haben, wir sehen uns. Gebt den Kindern ihr Lachen zurück, ganz genau. Kinder dürfen keine Masken tragen, das macht sie psychisch und physisch krank und dafür gehen wir auf die Straße, damit sie eine lebenswerte Zukunft haben.